Touristen stören Hochzeit, dann eskaliert die Situation Sieben Touristen aus dem Ruhrgebiet haben in Merklingen eine Hochzeit gestört und sich mit dem Bräutigam geprügelt. Für die Gruppe endete die Nacht in Gewahrsamszellen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 29 Jahre alte Bräutigam und sein 32 Jahre alter Trauzeuge wurden leicht verletzt, konnten der Polizei zufolge aber weiter feiern. Die Hochzeit hatte laut Polizei in der Nacht zum Sonntag in einem Merklinger Hotel stattgefunden. Die Gruppe aus dem Ruhrgebiet amüsierte sich demnach auf der dortigen Kegelbahn, und beschloss, uneingeladen mit zu feiern. Dies missfiel den Feiernden jedoch und es kam zu einer größeren Auseinandersetzung bei der etliches Mobiliar zu Bruch ging, so die Polizei. Gegen die Störenfriede wurden Strafverfahren eingeleitet. Ich bin einchener Tag in der Gebiete. Tagesuchtbar ist Blöbtig, aber noch von unterenem Wurzende. Keine Ahnunguerle Helena.